Herzlich Willkommen zu einem neuen Video und wir spielen heute bei Google, wie alt bin ich? Ich habe hier etwas gefunden und wir spielen das heute. Ich glaube, das werde ich am Titel schreiben, wie alt bist du für Frauen und Mann, statt von Selina. Welche Farbe magst du am meisten, blau, kies oder pink? Ich finde blau. Wie alt bist du ungefähr? 0 bis 10. Werden du andere? Ein bisschen bist du. Von den drei würde ich dir, Liebhaber, nehmen. Welche Filme guckst du so? Oh, Horrorfilme. Was ist denn Liebensobst? Opfel. Wie groß bist du? Circa? Disschen. Welche Katze hättest du gerne? Ganz normal. Kindergarten, Schule oder schon Uni? Schule. Wie hat dir das Quiz gefallen? Das war schon. Gut. So, jetzt die Auswertung. Schauen wir kurz mal. Ich bin 21 oder 25 oder 15. Also, okay. Hm. Und? Wie alt sind wir? Hier. Zu 40% bist du. Zu 91 wirkst du wie 21 eine Frau auf der Uni mit guten Noten. Zu 47% wirkst du etwas älter als 25. Also, wir machen gleich noch einen Test. Also, wir spielen jetzt. Wie heißt du wirklich? Wie bist du so drauf? Tickig. Cool. Lässig. Streberhaft. Oder normal. Cool. Lässig. Äh. Nächstes. Wie ist dein Charakter? Voll schlecht. Ist bereits streberhaft? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Was ist dein Lieblingsrosa, Violett, Weiß, Blau, Gelb, Grün, Rot, Schwarz? Blau, Gelb? Also, Blau wäre ja meine Lieblingsfarbe. Aber Gelb? Ne. Aber ich nehme Grün, Rot, weil das zwei meiner Lieblingsfarben sind. Deswegen nehme ich das. Was magst du am liebsten? Schnee, Wasser, Strand, Sonne. Boah, Wasser oder Schnee? Ich nehme eher Schnee. So, die nächste Frage. Was ist deine Lieblingsserie? Ich freue mich gar nichts. Aber von den fünf würde ich Simpsons nehmen. Äh. Wer magst du lieber? Justin Bieber, Neugebauer, Adele, Özil und Neuner. Also, wenn das... Ja, Bieber könnten sie lassen. Das könnte Neuer sein, würde ich Neuner machen. Aber nehme ich halt Özil. Der, was ja jetzt bei der Türkei ist. Wie viele Freunde hast du? Zwei, drei, vier, eins, keine. So viele. Keine? Nein, Schatz. So viele. Weil, wer hat bitte keine Freunde? Das ergibt keinen Sinn. Wer Musik hat, magst du am liebsten? Pop? Hausmusik? Jazz? Hip-Hop? Rock? Pop und Hip-Hop. Aber ich nehme Pop, weil das ist ein bisschen cooler. Magst du deine Familie? Nö, manchmal. Ja, total. Manchmal. Aber was soll das bedeuten? Was... Wie... Scheiße. Wer ist der Max am meisten? Natürlich Winter. So. Und... Der wirkliche Name bei einem Mädchen wäre Chiara bei Jungs Jan. Also. Das ist mir komplett falsch. Äh. 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 Einzige. War das I.A. Richtige. Aber sonst nix. Okay. Also. Ich hoffe das Video hat euch gefallen. Äh. 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 Ich. Ja. Ciao.